Feuerwehr steckt auf A7 fest keine Rettungsgasse bei Unfall, durch das Fehlen einer Rettungsgasse konnten die Einsatzkräfte nicht schnell genug zum Unfallort gelangen. Dadurch verzögerte sich die Rettung der Unfallopfer und die Feuerwehr steckte sogar auf der Autobahn fest. Dies ist ein inakzeptabler Zustand, der Menschenleben gefährdet. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer verstehen, wie wichtig eine Rettungsgasse ist und wie sie richtig gebildet wird. Nur so können die Einsatzkräfte schnell und effektiv helfen und Leben retten. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, die Rettungsgasse zu bilden und somit einen reibungslosen Ablauf bei Unfällen zu gewährleisten. Es ist erschreckend zu sehen, dass trotz der Bemühungen der Feuerwehr, selbst eine Rettungsgasse zu organisieren, dies nicht gelang. Dies zeigt, dass dringend Aufklärung und Sensibilisierung in Bezug auf das Thema Rettungsgasse notwendig ist. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und im Ernstfall schnelle Hilfe zu ermöglichen.